Ein Feuer im Kamin, kuschelige Pantoffeln und ein heißes Tässchen Tee mit einer Scheibe Zitrone. Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Könntet ihr bitte ein bisschen leiser sein? Thaddeus, du kommst gerade richtig, um meiner Armee beizutreten. Mach mit und zusammen besiegen wir die rosa Ne Bedrohung. Das bin ich. Du fängst als normaler Rekrut an, aber wenn du dich anstrengst, kannst du Karriere machen und Unteroffizier werden. Danke, aber nein, danke, oberst Dummbatz. Du und General Quatschbacke da drüben werdet ohne mich kämpfen müssen. Gut ausgeteilt. Patrick, du Trottel, so ist es vorbei, bevor es angefangen hat. Jetzt zwinge ich dich zur bedingungslosen Kapit... Lektion. Er will's ja offensichtlich wohl nicht anders. Daneben! 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 Sprech! Sprech!